Musik Wie findest du den Stand heute hier? Ich finde es gut, dass sich Leute dafür einsetzen. Und man darf jetzt nicht zum Beispiel nur denken, weil es einer macht, dass alle so sind. Also das ist halt so Vorurteile, die eigentlich nicht existieren werden. Ja. Und du hast jetzt auch ein paar Sachen mitgenommen? Ja. Du interessierst dich auch für Religion? Ja, ja, ja. Ja? Okay. Hast du noch eine Empfehlung für die Leute, ob sie hierher kommen sollten? Ja, ich finde, dass sich mehr Leute das anschauen sollten, damit sie sich mehr damit auseinandersetzen, mal darüber nachdenken, was eigentlich unsere Welt mit Thema Religion etc. jetzt hier alles passiert. Okay. Hast du unsere Zitate hier mal gelesen? Was sagst du zu den Zitaten? Ich finde, das sind eigentlich Mottos, die sich wirklich jeder mal an die Stirn schreiben sollte. Man weiß nicht, es soll kein Zwang sein im Glauben, weil jeder hat Glaubensfreiheit und jeder sollte das machen, was er will. Ja. Und das andere Zitat von dem Propheten Mohammed, Frieden und Segen, Allah sei nach ihm? Das ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Ich finde, das ist auch wahrhaftig. Ich meine, jeder will dann genauso, dass er eine schöne Frau an seiner Seite hat und deswegen sollte er die auch gut behandeln. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich schon mal bei dir.